Hallo mein Lieber, herzlich willkommen zurück zum Eurotrack Simulator 2 Multiplayer, wir fahren heute eine staufreie Route, und zwar fahren wir Duisburg-Canet, die Strecke, die eigentlich am stärksten, wir fahren jetzt im gesamten Eurotrack Simulator, fahren wir heute mit dabei ist ein Gast, nämlich der Timmeck, herzlich willkommen, und mit dabei ist natürlich wieder der Max, servus, Für die unbeschickten Fahrmanwirte, verstehste Oh Gott, ampel, ampel, ampel ... Und ja, bedau hier, oh, ne, Jani Äh, Toto, kannst du bitte gucken, wo die nächste Tanks für das ist Äh, die nächste, das ist ein Stückchen, glaube ich So kommen die mir noch 270km Ja, da oben ist eine Max, legt ein bisschen auf der Grä 지금 Ein bisschen Max, dich bleib zu dehnen Ich dachte, ich muss jetzt alleine fahren, das wäre auch schlimm. Ja, ne. Max, gib dir mal Gummi. Max, jetzt schleißt du mich dahinter rum. Jigga, ich war 90. Jetzt schleißt du mir so rum dahinten. Links halten und dann links... LOL. Max. LOL. Ich stehe ja hinterm... Biege nach links ab. Casano Loco Live Las Vegas. Woh, 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 woh. So, ne. Max hat so abgebremst. Ach, krass, ey, Max. Da wundert mich echt gar nichts mehr. Echt, ehrlich. Ja, komm, so schlimm, Freik, ohne, ey. Ne? Ne, ne. Anhängerschaden. Anhängerschaden, warte. Nein, nein. Ach so. Hinterfahr 13 Richtung Berlin. Wo stehst du? In Berlin, wo du A4 gefahren bist. Äh, keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, Junge, bremst du nicht so ab, Alter. Ich stehe doch auf dem grünen Streifen. Gummi. Alter, Max. Man merkt schon, das hier ist die am stärksten der Fahne-Strecke im ETS. Oh, war das work. So, Kachauro Loco live, fährt vor mir. Hinter mir wahrscheinlich, wahrscheinlich der Max, gehe ich davon aus, stimmt's? Ja. Ja. Standard. Demnächst links abbiegen. So, demnächst biegen wir links. Und hier ist gerade richtig rambat. Oh. Alter. Oh. Ey, Max, du hast mir leicht Angst, ey. Ich habe auch Angst, wenn ich hinter Max fahre. Nein. Oh Gott. Ey, warum brennst du denn? Warum brennst du? Aua. Ich habe den Vongel bremst, attacke ich da nix für. Mann. Ich glaube, ich fahre lieber vor, Max. Nee, dahinter, dahinter ist gut. Das ist gut, das ist gut. Nee, nee, ich bleib von da vorne. Ach, okay, was machen die hier jetzt? Keine Ahnung. Max steckt, glaube ich, fest. Max steckt fest. Ab dem Unfall erbaut. Wof, soll ich warten? Ja, bitte. Pfeiße. Ja, hup doch nicht da unten, wie du besenkt es auch. Ich bin ja von Mittler auf der Straße, genau. Wenn ich mich festgefahren habe, dann halt ich mich festgefahren. Man kann ich da verhubt doch nicht so. Oh Gott, nein, schalte ich mich nicht in der Straße, egal. Max, du hast schon ein paar Ansteigungen da hinten. Mann. Ich bin Zeuge. Max, wo bist du denn? Ich bin gleich hinter euch. 500 Meter noch. Wie viel? 200. Max ist einfach so besoffen gefahren. Ich bin immer besoffen. Junge, jetzt zieh doch da mal an, ey. Was macht denn? Alter, wie hat der denn geleckt, ey? Alter, was ist denn hier los? Alter, was war denn das da, ey? Max, willst du in der Bremse beim uns warten? Geht nicht. Alter, ey, der Team vor mir, der leckt so unermal, Alter. 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 Alter, was macht der denn? Alter. 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 Ey, was ist denn hier los? Nein. Oh, noch gerettet. Ey, was ist denn hier? Max. Ja. Warte du bitte mal, wir kommen nicht hinterher. Ey, ich stehe hier. Wo? Alter, nee, komm, ey. Ich finde die Strecke ist gut. Hinter mir ist ein LKB-Fahrer. Das ist die Duisburg-Strecke. Ja, die ist sehr angenehm. Max, war eine gute Idee, Landstrand zu fahren. Ääää! So, wie besoffen wir hinter mir, oder was? Max, wo bist du denn? Du wirst mir ja angezeigt. Du bist echt weg? Ääää. Alter, hier ist es wieder mal angezeigt. 500 Meter. Boah, Alter, bleib auf deiner Spur. Alter, boah. muss man auch zu max sagen ich bleibe lieber hinter ist dann bei dir kaputt du spinner ich bin auch ohne lenkrad bei mir nicht ich komme mir voran mein tank ist leer hat mir ein kostbarer Hier stand eigentlich mal ein Hollandschild, da steht jetzt mal ein LKW drauf. Äh, 200 Meter, also ca. 250 Meter bin ich noch entfernt von euch. Kannst du mir mal ein bisschen entgegenkommen? Ich weiß nicht, warum entgegenkommen? Ich komm nicht weiter, mein Tank ist leer. Wenn du mir dann entgegenkommst, dann musst du dich doch abschnecken lassen. Och ney. Wenn der Tank doch leer ist, musst du dich abschnecken lassen. Dann seh ich das falsch. Och maaa. Wenn er abgeschleppt ist, wie soll er dann tanken? Der kann ja nicht fahren. Kannst du ja irgendwie angeben mit Reservetank? Nee. Uff. Na klar, hier. Hey, klar. Nullfallbetankung. Tut da, über zwei. Kann ich nicht machen. Dann ist der Tank nicht leer. Ja, der... Der ist leer. Dann kannst du aber eine Nullfallbetankung machen. Nein, das geht nicht bei mir. Alter. Was ist denn da wie viel los, ey? Das fängt ja gut an. Alter, was ist denn hier los? Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das von mir jetzt löst. Alter. Und ich bin in Duisburg. Oh ne. Oh ne. Ahhhh. Viel Spaß beim Stau. Oh. Da hinten, bei dem läuft er. Guck mal wie buggy der ist, Alter. Boah, der ist so buggy, dass er sich gleich überschlägt. Oh, jetzt rennt ja noch einer rein. Oh, oh, oh. Alter, was ist heute los? Na komm, die Rampen sind Ascher, ich dachte, die Rampen sind. Pass auf, da kommt jetzt nur einer von hinten hier. Der aber raus, voll rein in den Dreck. Pass auf, der Buggy Boy kommt. Internet. Ach, schade. Ach toll, der hat eine Motorfehlfunktion, Alter. Ist ja ein Bumdinger, ey. Nice. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ich bin drei Meter an der Luft. Guck mal, wer da von hinten kommt, der Buggy Boy, der Big Smoke. Oh. Der ist der Rische Smoke. Der ist so zu gesmoked, Alter. Der kann mich mal lenken. Oh, guck mal, da hat ein Auto jetzt daneben. Alter, der Big Smoke. Wollen wir wetten, dass wir den gleich nochmal treffen? 1002. Guck mal, da hinten kommt. Alter, hier fliegen richtig viele LKWs in der Luft. Der Mira Kaba. Und der User 259, weiß ich nicht. Und der Turken Express. Der Fahrtieb. Aber der Buggy Typ, der war echt genial, ey. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Und zwar der Wu. Wuah. Wuah. Und zwar wie bei denen da sind. Ich bin auf beiden Spuren. Und der passt bei dem V8. Der macht sogar YouTube. Und jetzt hat er vor seinem Namen ein Y und T, was eigentlich für YouTube steht. Alter, heute ist echt was falsch. Aber richtig falsch. Also für YouTube kommt jetzt. Ja. Sag mal, Kollege, hast du eigentlich mal getankt jetzt? Nee, ich bin immer noch in Stau. Die fangen ja alle auf zwei Spuren. Was ist denn hier los? Dann kommt der Slash-Russ. Go Faster. Und der Yasin. Yasin. Weg hier. Und da kommt der Buggy Typ, der Hansa. Oh. Weg hier, Leute. Oh Gott. Die beiden hätten fast geknutscht. Da waren vielleicht vielleicht ein halber Meter zwischen. Alter, hier fliegen Ecker. Alex. Alter, hier fliegen viele Ecker bis herum. Alter, wie ist der rumgebackt in so einem Rarer, ne? Disco, Pogo, Dingel, Dingel. Der Max hat da aber auch ein bisschen rumgebackt. Ja. Ja. Xi Santos. Der Adri. Der Adrian. Der Adruti Craft. Der Dutz Xevi. Warte, ich fand den da hinten. Der hat lieber einen grünen Streifen. Hohohohoho. Der kommt hier jetzt. Ja, Hut doch nicht so. Ja, Du Barber. Jan. Der Jan Null. Und der weiß nicht, was er halt soll. Ah, boah, nil, irgendwas. Da kommt da noch der User. 2698208. Oh. Oh. Die haben hier aber auch was geknutscht. Das ist hier, ohja. Gegen ihn und der andere. Ist ja wirklich ne schöne Stelle zum Stehen. Hier fühlt man sich unheimlich sicher. Wild Kusch. Hier kommt da jetzt mal entgegen. Niemand. Ich fühl mich hier sehr sicher an dieser Straße, muss ich schon sagen. In so einer Straße würde ich auch liebend gern mal ein Auto parken. Also in, 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 in. Ich glaub ich hab iCut geknutscht. Was? Warum? Hinten. Iiiiih. Hehehehehehe. Den, den Anleger würde ich vernichten. Hohohohohohohoho. Ja, wer kommt hier? Der, bitte, jetzt. Ja, der gibt's. Ich werde auch mal eben auf beiden Spuren stehen. Wer kommt hier? Der. 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 Auf welcher Straße seid ihr dann? Auf derselben Straße wie eben. Ja, ich bin ja zurückge... äh... ...kutapultiert von nach Duisburg. Ähm, du musst aus Duisburg kannst du... Bei LKW jetzt rechts, ne? Da wo die Tanke ist. Korrekt rechts. Da kannst du dann vielleicht nochmal tanken und dann musst du... Links. Ja. Und dann die nächste Kreuz sofort wieder rechts. sind dann... ...nach unzähligen Kurven siehst du uns. Okay. Gib uns aber recht viel Bescheid, damit wir rechtzeitig... ...uns in Sicherheit bringen können. Weil ich muss ja eh vorfahren. Ich hab ja das nahgerechtig eingestellt. Und ich muss eh vor. Wer kommt denn da hinten noch? Angeeiert. Der Bahai Zik. Hast du wieder geknutscht? Ja. Also der Typ, der entfällt auch mal irgendwie auf beiden Spuren. Läuft da irgendwie. Da kommt nochmal einer. Das war Kebula Tranz die beiden. Was kommt da? Eine Tomate? Nord Cargo Tranz. Imba. Und Arvatschi. Und Professional Driver. Hast du denn meinen Motor an? Ne. Der Motor war außen. Das sieht genau aus. Warum soll ich jetzt den Motor anmachen? Benzin sparen. Ja. Hast du denn jetzt wegen voll getankt? Ja, jetzt wegen voll. Lang LKW. Du bist voll, ja. Ich will ja auch hoffen, dass du voll bist. Ja, bitte. So wie du fährst. So wie du fährst. Lang. Eine Shisha zu viel Interest, was? Was ist jetzt schon wieder los? Bei uns kommt eine richtig lange Schlange vorbei. Also bei euch. Ja, wann? Alter. Die biegen. Die wollen hier gerade links abbiegen. Alter. Ne. Ja, dann sind die auch noch nicht. Da kommt eine richtige Schlange, Junge. Jetzt kommt er. Boah. Alter, ist der am Rasen. Boah. kers schlacht. Boah. O-ho. Boah. Mach man mal, oraz die Meddon. Das ی. Ich hab mal keinen Namen. Weis. Weissto. Das ist я. Ein stück auf die Straße. Wie man. Ja ok. P ec. Ja ok. Ok. Aber der zieht dann vorbei. Oh, alle werden geknutscht. Komm, ich denke ich bin ein Stück auf der Straße. Oh, da kommt einer. Jo, pass auf. So, und? Uiuiui. Komm nicht vorwärts, weil das am scheiß Schild entliegt. Oh, da kommen zwei Leute. Die werden sich Freunde. So, Mutter aus. Oh, 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 oh. Wie fährst du? Scheiß Tomate, ey. Ja, okay, der fährt ganz normal. Nee. Obwohl er Russe ist. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was war denn das für ein Autofahrer, Alter? Besoffen. Fast Cargo VTC. I will not drive. F.A. Boah, Alter. Wie nah die Falle fahren. Ich glaube, das ist aber die Schlange von der Maxi Schwan hatte. Ja. Äh, Franz. Pink Man. Eier. Und hat das Namen White. Fabianski. Jo. Rucker. Türke. Eier. FF I4. CTA. Jack Wolf. Der lecksten? Mehmet Mertzg. Gü... Was? Gürtschür... Gürtschürreis. Alter, was ist da los jetzt? Vor der deutsch-niederlichen Grenze. Okay, da kommt eine riesige Schlange. Der war nego bei als die Schlange, die schon vorbei ist. Ne da kommt noch was Da ist aber nicht viel Ja ey Alter Aua Was war denn mit dem Typen falsch ey Was macht mehr grünen da hinten Es machts schön Slash fix Aua mein Anhänger Ja alter ich stand hier Ich stand hier halt in der Hecke War noch ein Stück Wasser da hinten Oh Gott Der ist hier Oh das Auto Oh Oh Kommt da Ok Hi Cobra Wird aber stehen Worauf wartet der Kollege Also ich hab Warnblinker an Ich glaub der denkt wir wollen raus Oh 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 Alter Alter Jetzt bleibt der Fette da mit Warnblinker alter Normaler Tag in ETS ne Und pass auf da hinter dir kommt einer Ich dachte der zieht jetzt auch raus Mach mal Max wo bleibst du eigentlich nicht Ich stehe im Stau Oh Mann Oh Mann Mann hier fliegen LKWs rohen Oh Mann Hier fliegen LKWs rohen Oh Mann 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 Warte mal ich geh noch ein bisschen Stück auf die Straße schon noch ganz entspannt ja und was macht ihr das? Kektor oh LKB Fahrer alter ist das... Max Max das ist Max so Spaß beiseite Max du wirst jetzt mal gebannt alter block der Penami hier weg weißt du Alter Max ich muss vor dich du weg Alter wie der Pferd oh Gott ich hab Angst Max was machst du? ich hab geheiß gemacht Max ich muss vor dich ja dann fahr vor mir ey weg wo aua ey wo ist am linken aua auch ne oder hinten ein Unfall was wo Alter was macht ihr denn da? ich wurde der hat so hart geleckt ey heute so ey scheiße scheiße mein Anhänger mein Anhänger oh Gott mein Gott ich komm noch raus vielleicht ja und wenn nicht dann wär auch ziemlich ziemlich bad komm ja ich hab's geschafft geil gesundheit gesundheit da wenn ist einer da so ich fand der Bum ist jetzt aber schon eine sehr angenehme Folge für Idiots on Road ja genau für Draven ich muss immer noch ein ansteigeres Schnitzraum besorgen damit ich das alles zusammensteigen kann für Idiots on Road geil für Tony ne 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 nicht für Tony mach es selber das wird Team Jockard Idiots on Road Team Jockard End Idiots on Road so rum Max 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 ne ne ey Junge Alter wie schnell fährst du denn überhaupt 90 ne ich mein der hinter mir hm wer weiß denn 100 ne Junge 100 ich fahr selber 110 wie fährst du 110 wenn ich 90 fahr ja ich fahr wirklich 110 Alter komm ich hier halt entgegen ey boah ich hab richtig Angst ne aber schreiben wir hier in den Chat Analdin ahaha Alter Analdin oh Gott Aladin Analdin ja eben bei mir regnet's bei mir ohne bei mir ohne ja im geschmack schrie oh Gott Kurwe kurve 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 courve ah ja okay ist de Sachve Keuver hast recht nein 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 oh 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 �r mach Max wo bist du denn he ış Der ist vor mir. Wiege nach rechts. Ich hab Angst. Alter was macht ihr denn? Ich wär fast in Max Arsch reingefahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter was ist denn das für Kurven? Alter ist die krank. Leute wir müssen sie mal eben kurz recht ran stellen. Aber ich bekomme die Kurve recht gut hin. Dann stelle ich bitte einfach mal im Ali hinter mich. So. Und ich hab eben noch einen Kollegen angeschrieben. Der ja schon gestern mitkommen wollte. Aber wird jetzt ja noch still. Ich riskier wieder meinen Anhänger. Okay. Warte, ich kann noch ein Stück vorfahren. Jo. Ich mach das Fenster gleich wieder auf. So. Reicht so? Ja. Wir haben Platz. Ah, ein kleines Stück kann ich noch. Ich hab keinen Platz. So. So. Ich hab meinen LKW aus. Und du kannst es. Ich hab deinen Platz. Ich hab meinen LKW aus. So. Hier ist... Ich hab meinen LKW-Mas. Und du kannst. Und du kannst. Tschüss. Ciao.